hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Feed the Beast ja wir sind hier mit dem Herrn Müller-Milchmann den JP guten Tag und mir dem Herrn Kotelich und ja das zeige ich gleich. Das habe ich nämlich in unserer Vorbereitungskiste für diese Folge geplant. Und zwar unseren ersten Strom. Aber erstmal zeige ich dir, was bis jetzt hier geschehen ist. Ich habe eine Portal Gun gefunden. Eine Bacon Gun. Hier haben wir unseren Mülleimer. Den habe ich da noch hingebaut. Hier ist so eine Void Pipe. Damit alles, was in diese Void Pipe reingeht, ist halt weg. Also komplett weg. Gibt es dann nie mehr. Ist halt Mülleimer. Daran ist dann eine Wodentransport Pipe angeschlossen, weil nur mit einer Void Pipe kann man aus einer Kiste rauspumpen. Der hinterher ein Redstone Engine mit einer Redstone Fackel dahinter, damit der angetrieben wird. Und hier dann die Kiste, wo wir unseren Müll reinschmeißen können, der dann, wie man hier sieht, rausgepumpt wird. Momentan Cobblestone, weil wir haben ja diese Turtles hier am Start gehabt. Und hier... OOOH! Ich bin tot! Was? Fuck! Hat jemand mal einen Eimer? Ich bin in das Loch von der Turtle gefallen. Ja, ich hab schon einen Eimer. Ich hab schon einen. Hast du schon einen Eimer? Boah! Was? Das war jetzt ja direkt mal Instant-Aufnahmen-Fail. Ach nee! Ach, du bist einfach reingefallen. Ja, ja, ich bin da einfach voll reingefallen. Also, ähm... Ja, da seht ihr... ...cool und entspannt einfach diese Turtles sind. Da seht ihr einfach behinderte Menschen. Die in den Tod fallen. Jetzt werde ich mir erst mal meinen ganzen Kram wieder grabben. Boah, voll bescheuert. Aber wenigstens war da keine Lava. Stone-Stuff. Es gibt keine Golden-Federn hier. Nee, gibt's nicht. Aber du kannst dir Longfall-Boots bauen. Das heißt... Die haben unendlich Haltbarkeit. Die gehen nicht kaputt und du kriegst keinen Fallschaden. Oh, cool. Hey, da sind Bienen. So, ich glaube... Ja, ich werde alles haben. Was ist denn ein Scoop? Jetzt wieder ab nach oben. Ein Scoop, das ist so ein Kescher. Damit kannst du die Bienenstöcke abbauen. Ach so! Das sieht irgendwie aus wie ein Hammer. Der krüppelte Hammer. Aber egal. Ja, das sieht aus wie so ein... so ein Tapetenabroller. Und shit. Ja, so ein Ding gibt's auch. Hier. Okay. Oh shit, jetzt komme ich hier nicht. Ja, ich fache mal. Ha, 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 ha. Jetzt soll ich dir halt soll ich dir ein Portal setzen? Nee, nee. Ach, ich kann mir selber ein Portal setzen. Ja, eben. Ich bin ein Idiot. Welche Farbe hat das Portal von mir an der Wand? Ockerfarben, sowas rum. Also... Heißt so bläulich. Nee, 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 nee. Das helle, das helle. Ja, das siehst du, das siehst du. Nee, ich hab schon. Hab schon. Bin draußen. Ja, die Farbe ich genau da. Der Mann hat mir der Koti kurz hinguckt. Wir haben das jetzt so gemacht, dass wir die ganze Zeit ein Portal hier in der Hütte haben und dann irgendwo hinrennen können und wenn wir halt einfach Insta nach Hause wollen, dann können wir einfach durch Portal gehen. Voll cool. Hey, warum hol ich jetzt wieder ein Wassereimer? Ach ja, und Jay ist gerade eben auch irgendwo am Arsch der Welt der Karte und sucht sich auch gerade noch eine Portfee, aber bis jetzt leider ohne Voll. Voll schade. Zur Info, Koti, sag mal eben deine kleine Koordinaten. Minus 582 sozusagen, da bin ich. Ja, und Koti auch. Und ich bin bei plus 6820. Alter. Läuft bei euch. Also bei ihm. Hä, bist du... Victor, ich seh dich gar nicht. Hier ist gerade random ne Kiste aufgegangen. Siehst mich nicht? Ich bin hinter dir jetzt. Ja, du bist unsichtbar bei mir. Oh, danke. Und hier werde ich jetzt mal eben erklären, und zwar wollte ich mich um den ersten Strom kümmern und dafür habe ich hier mal die Crafting-Rezepte aufgelistet. Victor, wenn du willst, kannst du jetzt mal mit reingucken, dann erkläre ich dir das gleichzeitig. Ja, eben. Hier oben rechts sieht man Wababars, Copper und wieder Wababars. Das nehme ich mir jetzt mal raus. Damit... Soll ich da halt das linke obere machen, weil das könnte ich ja auch gerne das machen. Mach das erstmal nicht, weil das linke obere ist noch nicht vollständig. Dafür braucht man noch andere Sachen. Dann mach ich einfach die Eisen-Sachen über, ne? Ja. Gut. Da kann man ja gleichzeitig arbeiten. So, und wenn ich das hier dann... So, da. Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zack. So, da reinpack, haben wir Copper-Cables. Copper-Cables. So. Diese Copper-Cables... Ah, doch. Mit diesen Copper-Cables kann man so RE-Batterien bauen. Oh. Ja, der Victor... Ey, Victor, nimm doch nicht alles da raus. Ich muss das doch erklären. Ich hab das doch noch gar nicht erklärt. Und das war auch noch gar nicht vollständig. Auf jeden Fall hier diese Iron-Furnace. Kann ich ja mal zeigen. So einfach. So Iron machen. Oder man kann Eisen sparen, den man einen normalen Ofen nimmt und das dann so macht. Jetzt nehme ich hier die... Hä? Das hier oben links raus. Das ist, wie ich gerade schon gesagt hab, für eine RE-Batterie. Ach, hier ist ein Copper-Crafting. Ich muss nur gewährleistet, die... Vorher, mich noch öffnestet zu euch, bitte. Äh. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4. Oder so. Jetzt haben wir vier RE-Batterien. Warum stirbst du? Wo bist du? Channel ins Void. Wie hast du das denn gemacht? Ich hab keine Ahnung. Fuck, 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 fuck. so dass hier ist das crafting rezept für einen generator da habe ich auch schon mal was vorbereitet nämlich das mit dass das dass noch eine batterie da oben hin hier drei wie feind iron hier den iron furnace und zack haben wir ein generator so dieser generator da kann man sachen verfeuern und dann produziert der strom hier ist er so und jetzt habe ich hier das opfer hingestellt damit wir zack zack ganz wichtig noch im porten und eine neue box bauen können so bad box bad box ist einfach so ein strom speicher da wird der strom der produzierte drin gespeichert und von da aus kann man ihn dann weiterleiten das muss ich nur gucken wo ich uns das hinbau ja wo macht es denn sinn wir brauchen nicht so viel platz ja das ist egal ich war auch nur einen guten platz ich glaube unseren strom packe ich erstmal hier rein oder ja nie hat nach oben guck mal da kann man ja aber das ist ja und praktisch weil wir das nicht bei uns wir sollten das am besten bei uns unten haben weil wir auch maschinen anschließen wo ist nicht so hat es funktioniert ja da ist gerade schlecht stressig wo baue ich das denn mal hin ich glaube ich baue das einfach einfach in den keller ich bin fast ja ja macht es in den keller dann will ich das wasser da eben er macht mit in der zeit ziehe ich meine rüstung an ich habe so ein bisschen gefällt dort so genau das in der zeit wo wir das da unten machen zeige ich mal was so passiert ist ja hier haben wir ein paar wabba bäume weil wabba braucht man immer hier sind so ein paar schafe und da hinten stehen noch kürung aus erde da unten also das wasser weg wenn man hier hoch geht ich weiß nicht schön aber hier ist wunderschönen pool das ist nicht komplett weg denn 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 wick hat hier oben in dem haus hingebaut da weiß er noch nicht genau was er damit tun will glaube ich ja das ist jetzt das ist jetzt erst mal meine mitte wo ich schlafe ja da halt ein bett drin dann wenn man hier runter geht ist da hinten noch nur ach ich krieg in dieser folge zu viel feinschaden haben wir hat er hier noch so eine farm hingebaut mit kartoffeln und weizen und kürbissen und karotten wie man sieht wow ich habe gerade lecks ja was hat sich noch getan genau da war ich ja gerade schon halb sonst eigentlich nicht ja da geht es auch noch ja den balkon wollte ich doch eben zeigen hier ist dann halt unser popo ausgang nach hinten einmal kommt man hier lang hoch zum balkon den hat der jay gebaut können wir hier so in den dschungel reingucken oh ist das schön hallo hallo so oh ist das schön dann gehen wir wieder hier runter und dann ist hier noch unser normaler popo ausgang ja womit war dann halt auch mal hinten raus kommen ohne komplett durch die gegend zu rasern ich baue das schon mal so mehr oder weniger hier hin so mache ich hier den generator hin denke ich mal oder ja das ist doch an die wand macht es doch an die wand bitte ne warte weil das ist doof weil wir die maschine oben stehen haben müssen ähm ja dann machen wir hier warte mal dann machen wir hier einen durchgang dann machen wir hier einen kleinen raum yo yo das ist gut oh ja weiter erstmal nichts dann mache ich das mal hier wieder zu ist zwar koppel aber ist ja jetzt erstmal egal geht ja nur ins prinzip ja das machen wir das machen wir ja noch schöner oh verdammt das ist auch noch was was nicht am besten machen wir das einen tiefer weil wir dann die ganzen geräte mit von unten mit strom versorgen können ja hier halt hier nicht mehr abbauen weil da da auch noch dann machen wir das einfach so so ember das reicht eigentlich erstmal für unseren ersten raum dann packe ich hier den generator hin musst du nicht noch tiefer machen achso wollte ich ja nicht wollte ich wollte es nur abbauen dann dann copper cable hin und dann geht der strom von dem generator in die bed box rein was ist das achso ah ok warte mal ich hole mal kohle ich nehme mal an das wir kohle brauchen zum anfeuern oder ja kohle oder holz alles was man im ofen halt auch zum vorher nutzen kann gebe ich dir mal 47 kohle dann können wir erstmal gut strom produzieren dann kann ich das mal zeigen hier packt man dann einfach zack die kohle rein und dann fühlt sich so langsam eigentlich wird sich hier die leiste füllen aber jetzt wird es ausgepumpt und wird hier in die bed box rein gepumpt und viktor wenn du da mal rechts drauf ja ja wie sich der strom füllt ja und diesen strom kann man dann kannst du kurz aus dem weg gehen oder so ok dann müssen wir wir müssen den eingang 2 machen gibt es hier in das geht aber in field the beast auch in field the beast auch diese Uhr mit der man übelst hoch springen kann Uhr? Uhr achso äh ne langweilig such doch einfach es gibt ein jetpack da brauchst du keine schuhe mit denen du hoch springen kannst das ist ja so der die bed box füllt sich jetzt gut ich glaub da ist generell viel zu viel kohle drin die füllt sich viel zu schnell und dann könnten wir als nächstes halt zum beispiel einen electric furnace bauen ah dafür ah ne brauchen wir gar nicht dann baue ich den mal eben dann haben wir nämlich einen elektrischen ofen wer hat einen ähm wer hat in den ofen einen Eimer gepackt wahrscheinlich mit lava ich da war lava drinnen soo achso das geht auch cool und stich nicht jetzt brenne ich iron damit wir refined iron bekommen und hier auf diese kabel kann ich dann halt die maschinen drauf setzen so die das dann verbrauchen wir haben jetzt schon die halbe bed box voll und haben erst ein paar kohle verfeuert das ist richtig richtig gut das ist viel zu effizient einfach nur ähm du hast das schon ausgenommen ja weil sonst wäre da viel zu viel drin gewesen das braucht man gar nicht was wollte ich denn genau ich wollte ein electric furnace bauen dazu brauche ich erstmal genau das refined iron brauche ich aber nur eins nehm ich so dann brauche ich ein iron furnace 1 2 3 4 5 6 7 8 ach ich habe doch iron dabei egal iron furnace dann noch ein electric circuit ach den kann ich sogar schon bauen oder ach so das geht doch nicht instant zack 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 haben wir bei ich kümmere mich mal darum und schau mal ob wir dass ich mal ein bisschen kohle hier schaff weil wir haben gemerkt das wir extrem viele folien äh extrem viel kohle hä extrem viel kohle brauchen auf jeden fall haben wir jetzt ein electric furnace dann stell ich mal so hier hin geht das denn schneller da Ja, nicht wirklich, aber es verbraucht halt nur Strom und das ist um einiges effizienter. Und du kannst da später noch Overclocker reinpacken, dann geht das richtig schnell. Dann packe ich das da oben rein. Alter, wie schnell geht das? Was? Cool. Das ist mal richtig cool. Ja, ich kümmere mich halt darum, dass wir Kohle bekommen, weil wir gemerkt haben, dass wir richtig viel Kohle brauchen. Und dein Refined Iron ist fertig. Ja, ich habe doch schon fertig gehabt. Also ich brauchte nur eins. Voll, jetzt kommt es halt da rein. Ich habe jetzt auch eine Redstone-Kiste gemacht. Ich habe auch eine Redstone, aber egal. Ja, wie ich gerade sehe, sind wir jetzt auch schon wieder am Ende der Folge. Haben wir ja einiges geschafft. Haben Strom gekriegt, eine Electric Furnace. Da können wir direkt Sachen drin brutzeln, wie man hier sieht. Da kann man dann, stimmt, das ist jetzt, damit können wir gut Kohle produzieren. Und der ist auch, wie man sieht, so gut wie immer voll. Ich packe da mal noch ein bisschen Kohle rein. Ja, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, schreibt einen Kommentar, lasst ein Like da, was auch immer. Wo ihr Lust zu habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.